So Leute, es geht weiter beim... Moment, mal gucken, ob das Mikro... Jo! Beim Table Tennis Gamer. So, im letzten Part haben wir den ganzen Quatsch gemacht, jetzt werfen wir das da oben drauf und... The door opened. So, hier... Was? Achso, hier geht's runter. Ich wollte gerade sagen, was, nur für die Palums haben wir jetzt die zwei Dinger gesammelt? Nein, eine weitere Sequenz kommt jetzt, wir merken es schon. Okay. Wo sind wir hier gelandet? Interessante Sache, hier gibt es nix. Schamanenstäbe oder was auch immer. Okay, eine weitere Sequenz, Raymond geht... Oh, oh, oh. Deine Reise endet hier. Oh, oh. Nein, endet sie nicht. Wir müssen ein Rennen machen. Okay, endet sie doch. Ach, shit. Okay. Wir machen hier mal ein Save-States. So. Ach, du Scheiße, Leute. Das kann ja was werden. Sowas ist ja immer genau das Richtige für mich. Wow. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie soll denn das gehen? Hilfe, Hilfe. Okay. All die Leute, die sehen, wie ich fail, äh, gerne... Ach, langsam. All für die Leute, die sehen wollen, wie ich fail, bitteschön. Mehr... Kann man nicht mehr failen? Ja, shit. Boah, das ist aber echt heftig hier. Nein! Nicht! Oh Gott, ey. Ob ich das wohl schaffe? Schaffen werde ich's, aber die Frage ist... Wann? Okay, wir müssen also diesen Kristallen oder diesen komischen Dingern müssen wir so ausweichen, weil... Wenn... Ah, genial! Wenn wir da rüberhüpfen, dann kommen wir hinterher nicht mehr weiter. Äh, und zwar hier nämlich nicht. So, einmal da rüber, einmal da. Ah, ich hab doch gesagt, nicht hüpfen, sonst kommen wir nicht mehr weiter, verdammt nochmal. Mann. Okay, nochmal neu. Hier rüber. Hier. Und jetzt ganz schnell den Save drücken, damit wir es nicht immer so weit haben. Okay. Okay, und Save. Wir machen das jetzt mal so, wie man's eigentlich nicht machen soll. Woo! Das hab ich nicht gesehen. Wow. Oh, 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 oh. Wey! 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 Nein! Nicht dagegen. Oh Gott, wo sind wir? Ich weiß es nicht mehr. Wow. Und hier rum? Boah, Leute, Konzentration pur. Und ich hab gerade den Save gemacht und da kommt die Sequenz. Gott sei Dank, aber geht es weiter? Nein, hoffentlich nicht. In das dunkle Rhein, wo landen wir? Ach so! Ein kleiner Endboss. Wey! Äh... Das war wohl nichts? Okay. Ich glaube aber, ich habe begriffen, wie er funktioniert. Wenn er diese Dinger schickt, müssen wir rüberkommen. So. Jetzt kommen sie. Komm, schick rüber den Mist. Ach, wir müssen die... Ach, du liebe Zeit. Oh Gott! Hopp! Und jetzt ist er auf... Ja, was ist das denn für einer? Wir müssen den... Ach so, wir hätten ihn treffen müssen. Oh Gott, da kommen wir aber niemals ran. Ne, fail. So. Und. Komm, hau ab da! Ah, wir müssen ihn gar nicht besiegen. Wir müssen ihn einfach nur weiter treiben. Oh Gott! Hilfe! Ist das was für mich? Nicht wirklich. Boah, ist das schwer. Ja. Wow! So, hau ab da! Okay. Hier haben wir die Ringe. Und. Werden jetzt zu ihm gehen. Boah, Leute. Way! Das ist schon nicht ohne. Das ist schon wirklich nicht ohne. Ja, und jetzt? Wie kommen wir da hin? Ach, du lieber Gott. Wow! Hier drauf. Lum. Safe. Why? Nein! Nein! Wir haben den Safe gemacht. Gott sei Dank. Boah! Verdammter Mist. Oh, Leute. Uuh. Weiter geht's. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Bin ich doof? Wo zum Teufel ist der hin? Hopp. Ja, toll. Er ist weg. Ja, und jetzt? Wo sollen wir jetzt hin? Der Kaspar ist weg. Und wir haben keine Ahnung, wohin. Super. Hallo. Selbstmord? Kann man sich da festhalten? Ich schätze nicht. Ja, wo sollen wir denn hier hin? Ja, ist das eine geile Sache. Das ist ja... Perfekt. Toll. Und jetzt? Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Was passiert denn, wenn wir uns runterfallen lassen, kaputt gehen lassen? Wo kommen wir denn da hin? Und dann kommen wir hier hin. So. Okay. Ah! So, und jetzt geht er da hin. Toll. Und jetzt? Jetzt macht er den Quatsch. Ja, toll. Okay, nochmal kaputt. Boah, Leute. Ich hab grad echt überhaupt no Ahnung. So, hau ab da, blöd Mann. So, wir machen hier nochmal den Save. So. Komm, hüpf rüber. Ja, komm. Und jetzt? Ja, ähm... Habt ihr... Habt ihr das gesehen? Er ist daneben gesprungen. Ja. Ähm... Ja. Das heißt jetzt, ähm... Was heißt das jetzt? Das heißt jetzt für uns, wir haben gewonnen, oder was? Das... Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Der... Der ist jetzt daneben gesprungen. Kamera ändern können wir jetzt auch nicht mehr. Ja, das kann doch nicht sein, dass der jetzt einfach daneben springt und ich weiß, wir wissen nicht, was wir hier machen müssen. Wo ist denn da der Sinn? Naja. Save State. Jetzt haben wir wieder den hier. Vielleicht irgend so ein Fehler von der ROM, oder was, wenn der jetzt wieder daneben springt? Ne, jetzt ist er draufgesprungen. Verstehe ich nicht. Wo springt der jetzt hin? Save? So, was macht der jetzt? Ja, und jetzt? Wie? Ja, jetzt springt der daneben! Das kann doch nicht sein! Wieso springt... Wir müssen doch da hinten hin. Wieso springt der einfach daneben? Das ist doch dämlich! Ist der wieder daneben? Ja, der springt immer daneben! Ja, toll! Wie, wie... Ich verstehe das nicht. Das kann doch nicht angehen, dass er dann einfach weg ist und man hat keine Chance, da mal irgendwas zu machen hier. Was soll das denn? Mal gucken, wenn wir ihn noch ein bisschen werf... äh, speien lassen, da seinen komischen Feuerdinger. Ach, wirf die komischen Dinger, Leute. Ich hab echt keine Ahnung, was wir gegen den machen sollen jetzt hier noch. Verstehe ich nicht. Hopp! 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 Ich mein, wenn der immer dann daneben springt... Ja, was soll das denn dann geben? Und wenn wir ganz asozial sind und versuchen, ihn von... Da hat er nicht mit gerechnet. Ja, toll! Ja, geil! Ja, und jetzt? Ja, warte jetzt. Jetzt hüpft der da auf uns rum? Ja, geil! Ja, super! Toll! Und jetzt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Jetzt springt er wieder daneben. Nee! Er ist nicht daneben gesprungen! Herrgott, nochmal, das gibt's doch gar nicht! Ja, so können wir arbeiten, Freundchen. Mal noch so einen. Aber nicht wieder daneben. Nee, nicht daneben. Sehr gut. Was macht der jetzt? Ach so. Und... Hopp! Und jetzt! Komm schon, komm schon, komm schon! Ah, ich hätte warten sollen. Warum habe ich nicht gewartet? Wow, was war das denn? Oh, scheiße, Leute! Stopp, 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 stopp! Wir müssen... Wir machen Pause. Bis zum nächsten Mal in der Table Tennis Gamer. Ciao!